Ich will mit der Nähe. Das ist der Tür, bitte. Brauche ich hier noch was gehalten? Ja, dann machst du es irgendwo. Das ist ein Rappen. Der wird denken, was wird hier von mir? Das ist mein Geschraub da jetzt. Können Sie mir abführen, einmal auf den Sack zu gehen? Kein zweiter Krabbel. Der hat einen Schraub-Klick an. Also gestern hat er mir keine Lust mehr, aber ich will Schleckheim geben. Nee, mein Dachschub ist ja ein Kunde. Guck mal, hier ist ein Krabbel. Der Papa redet über mich heute. Das ist ein kleiner Spaß. Baxter, schlaf meine Runde. Baxter, schlaf meine Runde. Ich kötze dich voll an. Okay. Wenn der Hund bei mir an der Warte herumleckt, dann hat er es schon wieder. Oh, eine gute Runde hat er wirklich. Pass auf, Intrini. Pass auf. Nicht zu nah, schön aufpassen. Hanna, du bist schon wieder gegen die Brauchst. Ich hab dich wieder. Ich hab dich wieder. Ich hab dich wieder. Hey, du musst jetzt, als wären wir noch mal gegeneinander ansetzen. Hey. Hey. Hey.